Lippe ist, wenn ich nach Hause komme und alles Scham schlag und die zwei rausschmeißen. Und nächsten Tag kommt sie zu mir. Wie geht das Tobi? Ich weiß, was du meinst aber. Irgendwie sowas. Und den zu den sagt, verbisst euch ihr Schlampen. Genau so sagt er. Da ist zu viele. Thermoplasta, do you speak English? No, nix verstehen die Sprache. Was ist diese? Das ist super. Nimm dich? Na. Na, komm! Nimm dich nicht. Auf den schichtlichen Streifen. Uhhh, Alter von Piste! was war jetzt los ich habe nur dunkel gesehen das ist doch cyber blaster zu faul um schneider blaster zu ziehen ich hab das nicht gesehen ich möchte mich jetzt tun wir das testen da ist der kurz das brauchst du nicht sein das musst du wissen ich kann das gerne mit dir festen du das möchte ich jetzt wartet wir können durch aufräumen wir brauchen gründelt dann schießen wir alles weg sagt doch einfach so ja sag auf deutsch doch meine rede ja sagt doch du sollst sagen lorenz sagt doch 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 seid ihr noch da doch ja da hast du dich will die daten 13 er braucht nur noch zwei baustroberne ok zum was warum jetzt nicht kurzer prozess da geht die luci abjungs wer geht ab die luci geht ab hast richtig gehört die luci zum was zum morgen wird die nicht Jetzt fängt Olaf auch an Zumal zumal im Jungs auch nichts Wer ist Timed Out? Kiel Holm Der Holm Der Name ist krass Holm Woher kommst du aus Holm? Holm 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 Habe ich es noch nie gehört Kildern scheint ganz offline zu sein Meins Naja Ja er steht und schießt nix Der Schlitter macht gar nix Ja der wird gleich lock-off sein So ein stiller Ich weiß schon was du sagen willst aber ich sagt ja So So nicht Schon nicht ja Frau Pestig Frau Pestig Frau Pestig Ja Kielse Schreib mal kurz in den Chat ob du ein Bauplan Tracker am Laufen hast gerade oder nicht Jetzt wollte ich ihn schon fragen aber du sagst zuerst So was Jaaaa da haben wir es Da haben wir den Hauptverdächtigen Ich glaub ich da wieder Und wir denken hier wieso fällt alles so gut Oh was geht ab Hallo Ich war am Arsch oder so Der hat uns zweitachtgebeschert hier Du hast uns voll verarscht Wir holen Du kommst aufs Klo hier So hier Schravinas Ich bin vielleicht für 10-15 Minuten weg Nein Tankstelle Tankstelle doch doch sonst schaff ich es nicht Bis gleich Geht aufs Klo Geht aufs Klo Vielleicht sonst schaff ich es nicht Also ich schaff es sonst nicht Bis gleich ey Verpisst euch So seid jetzt ruhig ey Lass mich in Ruhe Hallo Geh Geh Verpisst euch Zeig euch zurück Hallo So Ich wünsche euch viel Spaß bis gleich Bis gleich Bis gleich Ich bin full thing in der Wizzle Shest Ey das war echt ein Rad ab oder? Manchmal schon Wir hatten hier an den einen Abend mal richtig Spaß auf dem DS Also richtig extrem Ja Ich hatte am nächsten Tag noch Settebauchschmerzen Vom Lachen her Ja Damals hatten wir keine Sicherheitskurse Nur äh Eisenstangen auf Zahnhöhe Na so kannst du immer sehen, weil Autofahren kann aber auch nicht Ja Na keine Zehnunterfresser hätte, kann nicht Autofahren Ja Ja Ja